Der Tag des Spendenlaufs ist gekommen. Madame Gazelle hat eine Karte, die zeigt, wie weit Papa Wutz laufen muss. Wenn Papa Wutz es bis ihr in schafft... Bis zum Supermarkt. Dann bis ihr in... Zur Tankstelle von meinem Opa. Danach die ganze Strecke bis ihr in... Oh, Quetterstein. Dann haben wir bestimmt genug Geld zusammen, um das Dach reparieren zu lassen. Ich starte sofort. Achtung, fertig, los. Ich hab's geschafft. Jetzt können wir feiern. Dummer Papa. Das ist doch bloß der Plan. Ja, genau. Und jetzt geht es los zur echten Burgwetterstein. Achtung, fertig, los. Hurra! Weiter so, Papa Wutz. Du kannst es schaffen. Weiter los. Du kannst es schaffen. Der Bus hat Burgwetterstein erreicht. Alle freuen sich auf das leckere Picknick. Wasser. Wasser. Was für ein schöner, heißer Tag. Und was für eine gemütliche Art an Geld zu kommen. Wasser. Wasser. Papa Wutz hat den Supermarkt erreicht. Vom Laufen ist er sehr durstig geworden. Komm, wir schauen mal durchs Fernrohr. Ich kann Papa sehen. Durch das Fernrohr scheint alles ganz nah. Oh, er läuft aber nicht gerade schnell. Papa Wutz ist bei Opa Clefs Tankstelle angekommen. Oh, das war's. Ich kann nicht mehr. Papa ist stehen geblieben. Oh. Mir scheint, dir ist heiß. Diese kleine Erfrischung wird dich abkühlen und dir wieder auf die Beine helfen. Hier, nimm ein Wassereis. Oh, danke dir, Opa Clef. Volldampf voraus. Wiedersehen. Ich bin der Käpt'n auf dem Boot. Und wenn euch der Käpt'n sagt, was zu tun ist, müsst ihr das auch tun. Ei, ei, Käpt'n. Ei, ei, Käpt'n. Polly Piepmatz plappert alles nach, was jemand sagt. Schorsch, hisst die Flagge. Schorsch, hisst die Flagge. Peppa, läute die Glocke. Peppa, läute die Glocke. Opa, darf ich mal der Käpt'n sein, bitte? Okay, aber der Käpt'n muss diese Mütze tragen. Jetzt ist Peppa der Käpt'n und alle müssen tun, was sie sagt. Leute die Glocke. Dreh am Steuer. Ei, ei, Käpt'n Peppa. Hippt auf und ab. Peppa übertreibt es ein bisschen. Vielleicht sollte ich wieder der Käpt'n sein. Wir wollen doch nicht irgendwo gegenfahren. Ein Boot zu steuern ist gar nicht so einfach. Zum Glück kann ich aber gut steuern. Oh, weh. Das Boot von Opa Wutz ist gegen eine kleine Insel gefahren. Opa, wir sind gestrandet. Ich rufe Oma Wutz an. Sie kann Hilfe holen. Oh. Opa Wutz ist das Telefon ins Wasser gefallen. Oma Wutz am Apparat. Hallo? Hallo. Hallo. Irgendwie müssen wir eine Nachricht zu Oma Wutz schicken. Zu Oma Wutz schicken? Polly kann doch zu Oma fliegen. Gute Idee, Peppa. Und ich bringe Polly bei, was sie sagen soll. Opa Wutz sagt... Opa Wutz sagt... Hilfe! 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 Da kommen Klausi und Opa Kleff in ihrem orangenen Abschleppwagen. Orange! Ich hab gewonnen! Hallo, Klausi! Hallo, Peppa! Hoho! Da kommt das nächste Auto. Das ist Luzi! Hallo! Hallo, Peppa! Blau! Ja, Schorsch. Es ist ein blaues Auto. Jetzt hast du gewonnen. Das ist ein dummes Spiel. Es kommt überhaupt gar kein rotes Auto vorbei. Also ein rotes Auto gibt es schon, Peppa. Wo? Na, welche Farbe hat denn wohl unser Auto? Ähm, es ist rot! Gewonnen! Gewonnen! Familie Wutz ist in den Bergen angekommen. Wir werden eine fantastische Aussicht haben von da oben. Wir sind da! Hurra! Guckt mal, was für eine schöne, sonnige Aussicht. Hurra! Oh je, es fängt an zu regnen. Wo ist denn die schöne, sonnige Aussicht? Ähm, da ist eine schöne Aussicht. Da steht Frau Mümmels Eiswagen. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Papa Wutz. Viermal Eiscreme, bitte. Welche Sorten möchten Sie denn? Pistazie, Orange, Erdbeere und Blaubeere, bitte. Ja, gerne. Schaut mal, was ich hier habe. Eiscreme! Oh, das sind ja unsere Lieblingsfarben. Ganz genau. Grün für mich. Orange für mich. Erdbeerrot für mich. Und Schorsch bekommt? Blau! Lecker, lecker. Guckt mal, die Sonne kommt raus. Ja, und das ist noch nicht alles. Ein Regenbogen! Peppa und Schorsch lieben Regenbogen. Einen Regenbogen kann man nur sehen, wenn die Sonne scheint und es gleichzeitig regnet. Oh! Wie wunderbar! Husch, husch, kleiner Piepmatz. Wir können sonst die Sendung nicht hören. Oh, Papa Wutz, du willst doch nicht im Ernst unseren Campingurlaub mit Fernsehen verbringen, oder? Das können wir auch zu Hause. Äh, du hast recht, Mama Wutz. Hier gibt es nämlich viele spannende Dinge zu sehen. Zum Beispiel die Waldwelt. Was ist die Waldwelt? Die Waldwelt ist ein riesiger Wald voller Bäume. Das klingt ganz schön öde. Oder der Kartoffelkosmos. Was ist der Kartoffelkosmos? Man besichtigt die Kartoffelfelder und zum Schluss probiert man die Kartoffeln. Klingt interessant. Oder das Entenland. Was ist das Entenland? Das ist ein breiter Fluss, ganz voller Enten. Entenland! Wir fahren zum Entenland! Peppa und Schorsch lieben Enten. Aber wie kommen wir zum Entenland? Das Wohnmobil bringt uns hin. Hallo, wohin geht die Reise heute? Zum Entenland, bitte. Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Wir fahren zum Entenland in unserem Wohnmobil. Willkommen im Entenland. Wie viele Karten, bitte? Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Viel Spaß mit den Enten! Wo sind die Enten denn? Vielleicht machen sie auch Ferien. Kommt, wir packen das Picknick aus. Die Enten kommen doch immer vorbei, wenn wir... Dann können wir Picknick machen. Peppa und Schorsch lieben Picknick. Guckt mal, da kommen ja die Enten. Halt, Papa! Wir brauchen das Brot doch für die Enten. Ha, ha, ha. Na gut. Hallo, Frau Ente. Da kommen noch mehr Enten. Das sind alles ihre Brüder und Schwestern. Und wann hast du diesen Husten bekommen? Als Madame Gazelle angefangen hat zu singen. Es ist nichts Ernstes. Aber Petros Husten könnte ansteckend sein. Wie meinen Sie das, ansteckend? Wenn einer Husten hat, kann es sein, dass die anderen ihn auch bekommen. Kriege ich jetzt Medizin? Nur einen kleinen Löffel voll. Ich fürchte, sie schmeckt nicht besonders gut. Bäh! Sie schmeckt ja wie ein alter Schuh mit Marmelade. Vielen Dank, Dr. Braunbär. Wiedersehen. Wiedersehen! Dachte ich's mir doch. Petros Husten ist ansteckend. Klausi, Kleff und Luzi Locke haben sich bei Pedro angesteckt. Schön Mund aufmachen. Das schmeckt wie alter Teppichboden mit Joghurt. Bäh! Nach ekligen Blumenwasser. Sehr schön. Die Medizin wird euch gut tun. Wirst du eigentlich nie krank, Dr. Braunbär? Nein, Pepper. Ich werde nie krank. Ich esse jeden Tag einen Apfel. Wiederschön! Wiedersehen! Die Spielgruppe ist aus und die Eltern holen ihre Kinder ab. Mama, Papa, ich habe Husten. Dr. Braunbär war da und hat nachgeschaut. Wir mussten scheußliche Medizin nehmen. Madame Gazelle, wollen Sie jetzt Ihr Lied singen? Natürlich, Peppa. Oh, meiner Puppe koch ich Suppe. Sie ist... Oh je, alle Erwachsenen haben sich bei Pedro angesteckt. Dr. Braunbär am Apparat. Hier ist Peppa Wutz. Alle Erwachsenen sind krank. Keine Sorge, Peppa. Bin schon unterwegs. Tuffetitab, Tuffetitab, der Zufler fährt jetzt ab. Keuch und Schnauf, Keuch und Schnauf, Tuffetit, Tuffetitab. Ah noch, ihr sind eure Arbeitsblätter. Oh. Die Kinder sollen nach allem Ausschau halten, was auf dem Arbeitsblatt steht. Ein Boot, ein Signalpfosten und ein Tunnel. Ich sehe Bäume. Sind Bäume auf dem Blatt? Äh, nein. Und ich sehe Wolken. Sind Wolken auf dem Blatt? Nein. Ich sehe Opa Clef. Ahoy-oh! Hallo, Opa Clef. Ist Opa Clef auf dem Arbeitsblatt? Aber Peppa, mein Opa ist doch nicht auf dem Arbeitsblatt. Aber er fährt mit einem Boot. Und ein Boot ist auf dem Blatt. Hurra! Die Kinder haken das Boot auf dem Arbeitsblatt ab. Fahrscheine bitte. Herr Löffel kontrolliert bei allen die Fahrscheine. Ähm, ich hab meinen Fahrscheine wohl verloren. Oh je, Bine. Miau. Da ist doch dein Fahrscheine, Pedro. Du hast auf ihm gesessen. Pass auf, dass du ihn nicht nochmal verlierst, Pedro. Bergauf fährt der Zug langsam. Bergauf fährt der Zug schnell. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Kann ich bitte nach vorne gehen? Maybe, Pedro. Du kannst nach vorne zur Lok gehen. Hehehe. Tuf, tita, tuff, tuf, tita. Hihi. Hallo, Pedro. Fühlst du dich nicht so gut? Möchtest du auch einmal den Zug steuern? Au, ja. Hahaha. 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 Was Papa Wutz bei diesem Buch offenbar vergessen hat. Tja, ich habe es tatsächlich schon sehr lange. Nicht schlimm. Du kannst es ja morgen zurückbringen. Und ihr geht jetzt schlafen. Aber nur, wenn Papa noch aus dem Buch vorliest. Das ist aber eigentlich keine Gute-Nacht-Geschichte. Bitte, Papa, lies es vor. Okay. Betonmischen für den Hausgebrauch. Beton ist ein Baumaterial, hergestellt aus Sand, Wasser und chemischen Zusatzstoffen. Kapitel 1. Sand. Peppa, Schorsch und Mama Wutz sind eingeschlafen. Es ist morgen. Peppa und ihre Familie fahren zur Bücherei. Boah. Hier stehen aber viele Bücher. Peppa, in einer Bücherei muss man leise sein. Warum? Weil die Leute zum Lesen hierher kommen und dabei wollen sie Ruhe haben. Der Nächste, bitte. Frau Mümmel ist die Bibliothekarin. Hallo Mama Wutz. Möchten Sie diese Bücher zurückgeben? Ja, Frau Mümmel. Immer her damit. Warum macht der Computer so ein Geräusch? Er schaut nach, ob vielleicht jemand schusselig war und ein Buch zu lange behalten hat. Ähm, ich fürchte, ich habe dieses Buch tatsächlich ein bisschen zu lange behalten. Keine Sorge, Papa Wutz. So schlimm wird es wohl nicht sein. Was? Papa Wutz, Sie haben dieses Buch ja schon seit zehn Jahren. Schusseliger Papa. Entschuldigung, Frau Mümmel. Geht schon in Ordnung. Jetzt können Sie sich ein neues ausleihen. Frau Mümmel, dürfen Schorsch und ich uns jetzt auch ein Buch ausleihen? Gern. Die Kinderbuchabteilung ist hier drüben. Oh, guck mal. Über Feen, Blumen, Prinzessinnenkleider. Hallo, Peppa. Oh, hallo, Klausi. Das ist das Museum. Hallo zusammen. Wollt ihr zur Mondausstellung? Ja, Frau Mümmel. Fünf Karten bitte. Ihr bitteschön. Genießt eure Reise zum Mond. Oh, wir fliegen ja tatsächlich zum Mond. Nein, Peppa. Ihr tut nur so als ob. Hier entlang bitte für die Reise zum Mond. Herr Löffel führt die Tour. Oh. Bereit machen zum Abflug. Wir tun nur so als ob, oder? Genau, Peppa. Wir tun nur so. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Start. Wir leben auf einem Planeten. Weiß jemand, wie er heißt? Erde. Das stimmt. Ich bin ja auch Experte im Weltraum. Es gibt noch sieben andere Planeten, die unsere Sonne umkreisen. Weiß jemand, wie sie heißen? Ähm... Der Merkur. Oh, sehr gut, Edmund. Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Uranus. Edmund weiß alles über den Weltraum. Ich bin ein Schlauberger. Weiß denn jemand, woraus die Planeten bestehen? Die sind aus Pappkarton. Diese Modelle sind aus Pappkarton. Aber echte Planeten bestehen aus Stein und Eis und Gas. Aber der Mond ist natürlich aus Käse. Nein, der Mond ist auch aus Stein. Und das hier ist eine ernsthafte Tour. Also keine Witze. Da wären wir. Auf dem Mond. Das ist aber nicht der echte Mond. Oder doch? Nein. Wenn es der echte Mond wäre, könntet ihr über meinen Kopf springen. Oh. Weiß jemand, warum man auf dem Mond so hoch springen kann? Die Schwerkraft. Oh, ja, das stimmt, Edmund. Die Schwerkraft hält uns alle auf dem Boden. Auf dem Mond ist sie schwächer. Deshalb kann man höher springen. Wow. Sind alle startklar für unsere Urlaubsreise? Ja, Mama Wunsch. Dann geht's los. Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Diese Karte ist etwas schwierig. Papa, wir dürfen uns nicht verfahren. Keine Sorge, Peppa. Ich bin Experte im Kartenlesen. Oh, das ist seltsam. Doch verfahren? Äh, ja. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo, Peppa. Hallo, Klausi. Wir haben uns verfahren. Wof. Wieso? Ist denn euer Navi kaputt? Na, wie? Du fährst doch das Wohnmobil T3200. Da ist dein Navi serienmäßig. Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Ah, dafür ist also dieser Knopf da. Wohin soll die Fahrt heute gehen? Das Wohnmobil kann ja sprechen. Ganz schön clever, oder? Die Computerstimme hilft euch, den Weg zu finden. Aber woher weiß sie denn überhaupt, wohin wir wollen? Du sagst es ihr. Ähm, hallo, liebe Frau Wohnmobil. Hallo. Wir wollen in die Ferien fahren. Kannst du uns den Weg sagen? Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Danke für deine Hilfe, Opa Kleff. Aber gerne. Genießt eure Ferien. Wir wollen die Ferien in unserem Wohnmobil. Achtung, Achtung. Das Öl ist fast leer. Was ist Öl? Öl hilft dem Motor zu laufen wie geschmiert. Und ist das Öl denn jetzt schon weg? Nein, diese Warnungen kommen immer lange im Voraus. Das Öl ist jetzt leer. Ach, herrje. Klausi Kleff ist der erste Kunde. Hallo, Frau Verkäuferin. Hallo, Herr Kleff. Ich hätte gerne eine Packung Kekse. Luzi, haben wir eine Packung Kekse? Nein, aber ein blaues Spielzeugtelefon. Und wie viel kostet das denn? Das macht genau 100 Euro, bitte. Danke sehr. Der nächste, bitte. Hallo, Verkäuferin. Kann ich bitte ein großes Brot bekommen? Nein, aber Sie können ein Puppenhaus haben. Brauchen Sie auch eine Tüte dazu, mein Herr? Ja, gern. Die kostet dann einen Cent, bitte. Oh, ich habe gar kein Geld dabei. Sie können ja beim nächsten Mal bezahlen. Boah, das ist ganz schön viel Arbeit. Ja. Hallo, Frau Verkäuferin. Was kann ich bitte für eine Million tausend Euro kaufen? Luzi, was haben wir für eine Million tausend Euro? Hm. Eine Karotte? Ja, gern. Luisa Löffel liebt Karotten. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Papa Wutz ist gekommen, um Pepper und Luzi abzuholen. Papa, hast du heute viel gearbeitet? Ja, ich habe heute ganz schön reingehauen. Wir haben heute auch richtig viel gearbeitet. Wir waren nämlich Verkäuferinnen. Bla, 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 bla. Ja, das war's. Und droppen. Mama Wutz ist fertig mit ihrer Arbeit. Also gut, Schorsch. Vielleicht können wir jetzt einmal das lustige Hühnchen spielen. Das haben wir uns verdient. Papa, kann ich dir helfen? Dankeschön, Pepper. Du kannst gerne die Gemüseschalen hier wegräumen. Na klar. Halt, Pepper. Die Gemüseschalen kommen nicht in den normalen Mülleimer. Sie gehören in diesen braunen hier. Oh, Nane. Richtig, Schorsch. Das ist eine Bananenschale. Und hier sind auch noch Reste von Zwiebeln, Karotten und allerlei anderem Gemüse drin. Oma und Opa werden begeistert sein. Essen Oma und Opa Wutz denn wirklich so gerne Kartoffelschalen? Nein, Pepper. Die sind für Opas Garten. Sie helfen den Pflanzen beim Wachsen. Oh. Wir können sie ihnen ja nach dem Essen vorbeibringen. Oh, yippie. Mama Wutz, Pepper und Schorsch bringen die Gemüsereste zu Oma und Opa Wutz. Wir sind da. Hurra. Opa Wutz. Opa, los. Wir haben dir ein besonderes Geschenk mitgebracht. Ah, prächtige Gemüsereste. Fantastisch. Mein Garten wird sich darüber freuen. Gibst du deinem Garten wirklich Gemüse zu essen? Ho, ho. Nein, Pepper. Diese Gemüsereste sind doch für meinen Komposthaufen. Was ist das? Ich zeige ihn dir. Hier ist er. Das ist ein Holzkasten. Ja, Pepper. Aber es ist ein ganz besonders schlauer Holzkasten. Ich schütte die Gemüsereste hier oben rein. Und wenn ich hier unten aufmache, kommt wunderbare Erde raus. Die heißt Kompost. Wie funktioniert denn das? Ist das ein Zauberkasten? Ho, ho. Nein, Pepper. Ich habe ein paar kleine Freunde und die helfen ihm dabei. Wo denn? Hier drin. Guck mal. Ah, wabbelige Würmer. Wabbel, wabbel. Ist es ein gefährliches Spiel? Nein, Pedro. Opa Clef hat mir versprochen, dass es ein ganz harmloses Spiel ist. Oh. Aber es wird aufregend. Also spielt ihr mit? Ha. Dann lauscht meinem Plan. Einst hatte ich einen großen Haufen Gold rechtmäßig gestohlen, aber ich wurde beraubt von einem Käpt'n Wuck. Was? Piratensprache ist ein bisschen schwer zu verstehen. Käpt'n Wuck stahl meinen Schatz. Oh. Wisst ihr, Käpt'n Wuck ist ein furchterregender Pirat. Einige von euch kennen ihn unter seinem Decknamen. Opa Wutz. Ah, Opa Wutz. Der Plan ist, aus Käpt'n Wucks Versteck meinen Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hurra. Alle sind begeistert davon, Pirat zu spielen. Hallo, Opa Wutz. Wir sind unterwegs. Vortrefflich. Vortrefflich. Opa Wutz und Polly Piepmatz bewachen den Piratenschatz. Möge die schwarze Galeone schnell und der Rückenwind mit uns sein. Was heißt das denn? Alle Mann zum Boot. Ho, ho, ho. Pirat. Ha, ha, ha. Und stopp, zieht eure Schwimmwesten an. Auf dem Boot von Opa Kleff müssen alle Kinder eine Schwimmweste tragen. Dieser lausige Käpt'n Kleff sollte längst hier sein. Hier ist eine schöne Tasse Tee, Opa Wutz. Oh, danke, Opa Wutz. Na endlich, sind jetzt alle soweit. Herr Käpt'n Kleff, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Und ich. Sausia. Sausia. Tschüss, Linus. Ich komme dich dann nachher abholen. Schorsch und Linus sind beste Freunde. Schorsch, Linus. Ihr macht mein ganzes Haus kaputt. Spielt doch bitte was ohne Titschen. Schorsch macht aus dem Spielzeugkorb einen Vulkan. Linus baut aus den Holzbäumchen einen Dschungel. Schorsch baut aus den Bauklötzen einen Fluss. Schorsch und Linus haben das Kinderzimmer in ein Dinosaurierland verwandelt. Ich gehe. Mir ist es zu laut hier. Ich sage Kartoffel. Ich sage Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Kartoffel. Das Gute an Regentagen ist, dass man sich mal spannende Fernsehsendungen ansehen kann. Kartoffel. Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Mama. Schorsch und Linus haben aus unserem Kinderzimmer ein Dinosaurierland gemacht. Und im Dinosaurierland ist es jetzt zu laut. Schorsch hat seinen besten Freund hier und ich habe überhaupt niemanden zum Spielen. Du könntest doch mal Luzi Locke anrufen. Luzi Locke ist Peppas beste Freundin. Kann Luzi wirklich herkommen? Jetzt gleich. Wir rufen sie mal an. Hallo, Luzi Locke am Apparat? Luzi, ich bin's. Hast du Lust bei mir vorbeizukommen? Ja, Peppa. Mit meinem Krankenschwesterkostüm? Ja, aber komm ganz schnell. Wie wäre es mit einer Tasse Tee und einem Schwätzchen? Das klingt fein. Ui, ein Telefon. Peppa, das ist das Feuerfon. Es darf nur benutzt werden, wenn es brennt. Ah, Feuer, Feuer. Hier, Feuerwache. Wo brennt es? Wo brennt es denn? Kann ich bitte mit Mama Wutz sprechen? Oh, es ist Papa Wutz. Papa Wutz, du darfst nicht auf diesem Telefon anrufen. Es ist nur für Notfälle. Es ist doch auch ein Notfall. Ich kann das Tomatenketchup nirgendwo finden. Papa Wutz, soll ich vielleicht mal den Grill anmachen? Ja, bitte, Herr Löffel. Seid ja vorsichtig mit dem Grill, Papa Wutz. Keine Sorge, Mama Wutz. Wir Väter wissen doch alles über das Grillen. Tschüss. Vielleicht brauchen wir noch mehr Kohle. Da muss man mal ein bisschen pusten. Schmeiß noch ein paar Grillanzüge da drauf. So, jetzt warten wir nur noch auf ein Feuer. Und wie lange müssen wir warten? Och, das könnte lange dauern. Ich warte schon ewig. Wie viele Feuer haben Sie eigentlich schon gelöscht, Frau Mümmel? Äh, keins. Kein einziges. Aber man muss immer bereit sein. Es ist das Feuerfond. Kannst du bitte drangehen, Peppa? Wahrscheinlich ist es wieder dein Papa. Okay. Hallo? Hier Feuerwache. Hallo, Peppa. Oh, Papa. Du schon wieder. Du bist sehr ungezogen. Das Feuerfond ist nur für Notfälle. Gibst du mir mal Frau Mümmel, bitte? Sei doch so lieb. Papa will mit Ihnen sprechen. Hallo, Papa Wutz. Dieses Telefon ist reserviert für den Alarm bei... Feuer! Feuer! Oh, weh. Der Grill von Papa Wutz steht in Flammen. Feuer! Feuer! Die Mütterfeuerwehr rückt aus. Hui! Festhalten! Hui! Hihihi. 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 Mama, wir haben Papas Fußballtrikot mit Matsch vollgesprinzen. Oh. Keine Sorge, wir waschen es einfach. Hihihi. Wir waschen es ratzfatz. Papa wird gar nicht merken, dass es vollgespritzt war. Hihihi. 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 Wir haben bestimmt noch was, was wir mit waschen können. Hihihi. Hihihi. Oh, mein Kleid ist ja auch voll Matsche. Hihihi. Hihihi. Mama Wutz und Schorsch haben noch mehr schmutzige Wäsche gefunden. Hihihi. 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 Wieh Otto. Hihihi. 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 Die Waschmaschine schüttelt die ganze Küche durch. Hihihi. Schwabsch, wo ist denn dein Kleid? Ich wasche es gerade. Was? Oh nein. Hihihi. Hihihi. Guck, Mama, mein rotes Kleid ist jetzt wieder ganz schön sauber. Ja, schon, Pepper. Aber jetzt guck dir mal die anderen Sachen an. Oh je, Peppas rotes Kleid hat die weißen Sachen rosa gefärbt. Rosa ist wohl keine so gute Farbe für ein Fußballtrikot. Oh. Papa Wutz kommt von der Arbeit zurück. Hallo zusammen. Hallo, Papa. Ähm, Papa Wutz, wir haben da ein kleines Problem und ähm... Erzähl's mir später, Mama Wutz. Ich muss mich jetzt auf mein Spiel vorbereiten. Wo ist mein Fußballtrikot? Hier. Sei kein Dummerchen, Pepper. Das ist ein Kleid von deiner Mutter. Es ist rosa. Nein, Papa. Es ist dein Fußballtrikot. Es ist etwas Matsche drauf gespritzt. Darum haben wir es gewaschen. Und dann ist alles irgendwie schief gegangen. Ich zeige euch mal, wo ihr heute Nacht schlaft. Das war das Zimmer von Mama Wutz, als sie ein kleines Schweinchen war. In der uralten Zeit. In diesem Bett hat eure Mama geschlafen. Oh, ein hüppiges Bett. Ihr seid genau wie eure Mama, als sie noch klein war. Ist Mama auch auf dem Bett gehüpft? Natürlich. Aber Mama sagt immer, dass wir nicht auf dem Bett hüpfen dürfen. Als sie ein kleines Schweinchen war, war sie genauso frech wie ihr. Ehrlich? Ja. So. Und jetzt gehen wir zu Opa Wutz in den Garten. Opa Wutz. Opa Wutz. Hallo Pepper. Hallo George. Seht mal hier meine Möhren. Opa Wutz ist sehr stolz auf sein Gemüse. Oh. Und hier sind meine Erbsen. Ah. Aber am allerbesten ist mein saftiger Salat. Oh nein. Mein schöner Salat. Ich glaube, die Vögel haben ihn gefressen, Opa. Ja, Vögel. Und warum hat Herr Vogelscheuche sie nicht weggescheucht? Weil die Vögel, die meinen Salat gefressen haben, sehr töricht sind. Was ist los, Opa Wutz? Deine Freunde haben schon wieder meine Salat gefressen. Welche Freunde? Tom, Fritz und Martin. Sie heißen doch ganz anders. Oma Wutz hat Hühner. Sagt Hallo zu Jessica, Sarah und Vanessa. Hallo. Und das ist Günther. Ist Günther ein Hühnerjunge? Ja, Pepper. Er ist ein Hahn. Er ist der Schlimmste. Kratzt mir meinen ganzen Salat weg. Günther tut keiner Fliege was zuleide. Er frisst die Fliegen sogar. Bäh. Oh weh. Es ist doch ein bisschen hoch für Schorsch. Keine Angst, Schorsch. Ich komm rauf zu dir. Das macht zwei Euro. Bitte. Oh. Schorsch hat keine Angst mehr vor der Höhe. Oh. Es ist schon ein bisschen hoch hier. Ich nehme lieber die Treppe. Die Treppe ist voller Kinder. Da geht's nach unten, Papa Wutz. Oh. Also gut. Oh. Hereinspaziert. Schießt auf die Scheibe und gewinnt einen Riesenteddy. Das schaffst du doch locker, Mama. Wir brauchen doch nicht noch so einen Riesenteddy, Pepper. Keine Sorge, sie gewinnen nicht. Frauen haben dabei keine Chance. Entschuldigung, was haben sie gesagt? Es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Wie viel kostet ein Schuss? Zwei Euro. Mama Wutz hat gewonnen. Unglaublich. Hier ist ihr Riesenteddy. Hurra. Ich will auch so einen Teddy haben. Bitte, Mama. Der ist viel zu groß. Ist er gar nicht. Papa Wutz und Schorsch fahren mit dem Riesenrad. Festhalten, bitte. Das ist wirklich hoch. Gut, dass es vorbei ist. Fünf Riesenradrunden für zwei Euro. Fünf Riesenradrunden? Oh nein. Hereinspaziert. Tretet näher. Messt eure Kraft beim Hau den Lukas. Was muss man da tun? Also, sie hauen hier fest drauf mit dem Hammer. Klingelt die Glocke. Dann gibt's einen Preis. Keine große Kunst. Aber man braucht Kraft. Ich versuch's mal. Zwei Euro. Ja, um das zu reparieren, sind wir hier. Oh. Und dauert das denn lange? Es dauert genauso lang, wie es dauert. Bagger, Bagger. Schorsch liebt Bagger. Hier rüber, Herr Rieder. Okay, Boss. Herr Bulle ist der Boss. Herr Bulle, wo kommt das ganze Wasser eigentlich her? Das kommt aus einer kaputten Wasserleitung unter der Erde. Und wie reparieren Sie das? Wir reißen die Straße auf. Boah. Wir drehen das Wasser ab. Schorsch liebt Kräne. Kräne. Wir holen das alte Rohr raus. Und setzen das neue Rohr ein. Danke, dass Sie uns alles erklärt haben, Herr Bulle. Muuu. Kein Problem. Wiedersehen. Bis später. Oh weh. Schorsch möchte gar nicht von Herrn Bulles Baustelle wegfahren. Wir wollen doch zum Spielplatz, Schorsch. Du kannst ja im Sandkasten auch Bagger und Kran spielen. Außerdem sehen wir Herrn Bulle bestimmt noch mal auf dem Heimweg. Peppa und ihre Familie sind beim Spielplatz angekommen. Hallo zusammen. Hallo Peppa. Edmund Elefant und Linus Löffel spielen im Sandkasten. Brumm. 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 Kommt, ihr Spiele im Sandkasten. Oh ja. Stopp. Wo ist das Problem? Wir reifen jetzt die Straße auf. Und ich bin der Boss. Oh. Brumm. Brumm. Liebe Güte. Ist der Riesenkoffer von Elena? Ja. Elena hat ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Lauter Dinge, die es hier nicht gibt. Käse, Brot, Tomaten, Wasser. Au revoir, Elena. Ich komme dich morgen Abend wieder abholen. Wo soll ich Elenas Gepäck hinbringen? In mein Zimmer. Nach ganz nach oben im Haus. Oh. Und das ist dein Gepäck für nur eine Übernachtung? Oh yeah. Deshalb ist es ja auch nur ein ganz kleiner Koffer. Also Elena ist ja hier, um Deutsch zu üben. Wir müssen ihr alle dabei helfen. Ja klar, Mama. Zuerst muss ich mich entschuldigen, dass ich noch nicht gut Deutsch spreche. Oh, du sprichst nicht so schlecht. Das ist sehr nett, Monsieur Wutz. Aber darf ich Ihnen eine Frage zur deutschen Sprache stellen? Aber natürlich. Ich bin Experte für Sprache. Frag nur. Sind Infinitive eine Form unregelmäßiger Verben oder intransitiven Pronomen? Ähm... Es ist ja wirklich schon spät. Sollen wir nicht Elenas Bett machen? Mama, Mama, kann Elena nicht in meinem Bett schlafen? Mit einem Kissen an jeder Seite? Gute Idee, Pepper. Pepper und Elena schlafen im selben Bett mit einem Kissen an jeder Seite. So Kinder, versuch zu schlafen. Morgen wird ein aufregender Tag. Elena geht mit in eure Spielgruppe. Boah, dormez bien. Dormez bien ist französisch und heißt schlaft gut. Ich bin doch gar nicht müde. Wir können ja was singen, um müde zu werden. Ja! Oh! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Oma Wirt! Oma, los! Hallo, meine Liebchen. Ihr solltet doch schlafen. Erzähl uns eine Geschichte. Also gut. Aber nur, wenn ihr versprecht, dass ihr gleich wieder einschlaft. Wir schlafen erst nach der Geschichte. Na schön. Also es war einmal ein ... Ein kleiner Junge. Der hieß Pedro Pony und der fand eine Zauberbohne. Oh, ja. Also, Pedro pflanzte die Bohne ein und daraus wuchs eine riesige Bohnenranke, die bis zum Himmel reichte. Ganz genau. Pedro kletterte an der Ranke nach oben und fand dort ... Einen schrecklich großen Riesen. Aber den will ich nicht. Ich will eine Prinzessin. Oh, ja. Da fand er die wunderhübsche Prinzessin Peppa. Und Sir George, den tapferen Ritter. Und ein Koch, der kochte das leckerste Essen der Welt. Mama Wutz, Papa Wutz und Opa Wutz warten mit dem Essen. Ich sehe mal nach, wo Oma Wutz bleibt. Und was kommt jetzt in der Geschichte? Ungezogene Oma Wutz. Du hast sie geweckt. Wir schlafen ja wieder ein, wenn die Geschichte fertig ist, Opa Wutz. Ich bin gut im Fertigerzählen, Oma Wutz. Du kannst runtergehen. Ich komme gleich nach. Da ist ein Junge, eine Bohnenranke, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter und ein Koch mit dem leckersten Essen der Welt. Und als sie mit dem leckeren Essen fertig waren, schliefen alle ein. Ende. Und alle wachten wieder auf. Und dann kam ein Zauberer. Ein Zauberer? Ja, ein Zauberer. Der macht eine große Zaubershow. Ah, aber ... Dann kam auch noch ein schrecklicher Drachen. Krass. Mr. Kartoffel ist endlich in der Stadt angekommen. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel. Hurra! Boah, ist das eine große Kartoffel. Ich erkläre das Fitnesscenter für eröffnet. Vorbildlich. Wir sollten alle sporttreiben und Obst und Gemüse essen. Welche sollen wir denn essen, Mr. Kartoffel? Äpfel, Orangen, Möhren, Tomaten. Auch Kartoffeln? Ähm. Warum sind sie nicht so klein wie eine normale Kartoffel? Oh. Weil er eben keine normale Kartoffel ist. Er hat Beine. Normale Kartoffeln haben keine Beine. Er ist eine Superkartoffel. Wir sehen jeden Morgen ihre Sendung. Das ist gut. Ihr könnt mir gerne ein paar Bilder schicken. Machen wir wieder. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute malen wir Bilder für Mr. Kartoffel. Hurra! Ich male eine Ananas. Ich male eine Möhre. Sehr gut. Und was malst du, Emily? Eine Erbse. Wunderschön. Und Petro? Eine Superkartoffel. Oh, verstehe. Und Schorsch hat eine ganz wunderbare Tomate gemalt. Papa, welches Gemüse hast du gemalt? Meinen Papa, beim Fernsehgucken. Fantastisch. Gut, wir stecken jetzt die Bilder in einen Umschlag und schicken sie an Mr. Kartoffel. Es ist Morgen und Zeit für die Sendung von Mr. Kartoffel. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel. Ich kann Seilspringen. Ich kann singen. Funkel, funkel, kleiner Stern. Ich kann tanzen. Ich kann mich gar nicht für eins entscheiden. Ich hab ja so viele Talente. Keine Sorge. Du kannst dich morgen entscheiden. Na gut. Heute ist der Talenttag. Meine Talente sind Seilspringen, singen und tanzen. Ich habe gestern den ganzen Abend geübt. Also, ich habe gestern Abend Fernsehgucken geübt. Das ist kein Talent. Das hat Madame Gazelle gesagt. Was soll ich dann tun? Wer möchte uns zuerst sein Talent zeigen? Klausi Kleff? Ich kann Trommel spielen. Ich kann auch noch lauter. Nein, das war wunderbar, Klausi. Pedro Pony, was ist dein Talent? Zaubertricks. Hier ist ein Glas mit Wasser. Es ist nass und durchsichtig. Und jetzt lasse ich das Wasser verschwinden. Oh. Bitte schließt die Augen. Öffnet eure Augen. Das Wasser ist verschwunden. Danke schön. Emily Elefant. Ich spiele jetzt Blockflöte. Und was ist dein Talent, Luisa? Ich kann einen besonderen Ton. Das geht nur, wenn ich auf Zehenspitzen stehe. Das war aber sehr gut. Ja, aber was kann ich zeigen? Molly, was ist dein Talent? Seilspringen. Ich wollte doch Seilspringen. Aber Opa, Schorsch ist doch auch klein. Und er muss trotzdem warten. Ja, Schorsch ist noch klein. Also, dann muss er auch nicht warten. Oh weh, Linus und Schorsch rutschen die ganze Zeit. Opa, dann sind wir mit dem Rutschen dran. Keine Sorge, Peppa. Sie werden schon nicht so lange rutschen. Ach, mir ist so langweilig. Mir auch. Dann lass uns doch schaukeln. Pedro Pony sitzt auf der Schaukel. Pedro, kann ich jetzt mal schaukeln? Ich will nur ein ganz kleines bisschen noch. Aber du sitzt da doch schon seit Ewigkeiten drauf. Opa Wurz, kannst du mich ein bisschen anschubsen, bitte? Ich denke, jemand anderes ist jetzt mal dran mit Schaukeln, Pedro. Aber ich muss bald nach Hause gehen. Oh, verstehe. Das ist was anderes. Ich werde dich anschubsen. Aber Opa. Opa. Mir ist so langweilig. Mir auch. Mir auch. Und wir fahren Karussell. Alle wollen Karussell fahren. Zu viele Kinder auf dem Karussell. Alle Mann runter. Oh. Aber Opa Wurz, ich war doch als erstes da. Aha. Dann kannst du also zurück aufs Karussell. Ich muss aber auch drauf. Oh, warum denn das, Luisa? Ähm, weil ich glaube, ich hab bald Geburtstag. Oh. Oh, okay. Und ich auch. Oh, in Ordnung. Sind alle Mann bereit? Ja. Stopp. Es sind ja gar keine Jungs auf dem Karussell. Ähm. Also, sind jetzt alle Mann bereit? Zehn Uhr. Hurra. Wie viele Fahrscheine? Ein Mama-Fahrschein und zwei kleine Schweinchen. Und einmal Fisch, bitte. Der Fisch fährt umsonst. Hahaha. Festhalten. Herr Bulle wartet auf den Bus. Oh. Einen Fahrschein zum Musikklagen, bitte. Guten Morgen, Herr Bulle. Wir fahren mit Goldi zur Tierärztin. Oh, weh. Geht's uns heute nicht gut, Goldi? Sie kann nicht sprechen. Sie ist ein Fisch. Natürlich, äh. Vielleicht mag sie ein bisschen Musik. Aus meiner Tuba. Brrr. 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 Die klingt aber komisch. Darum fahre ich auch zum Musikladen. Die reparieren sie. Oh. Frau Locke, Frau Mietze, Herr Zebra und Madame Gazelle steigen in den Bus. Allor, vier Fahrscheine zum Supermarkt, bitte. Hallo, Madame Gazelle. Wir bringen Goldi zur Tierärztin. Oh. Geht's Goldi nicht gut? Sie mag sie. Die Räder vom Bus drehen rundherum, rundherum, rundherum. Die Räder vom Bus drehen rundherum, Tag für Tag. Hahaha. Supermarkt. Wiedersehen. Musikladen. Wiedersehen. Endstation. Tierärztin. Die Tierärztin macht kranke Tiere wieder gesund. Oh, ist das der traurige kleine Fisch, der nicht frisst? Ja, sehen Sie mal. Hahaha. 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 Löffel, Zoe Zebra, Luzi Locke und Pepper spielen gern Seilchen springen. Ich mag Sand. Ich mag Meer. Ich sag, Luzi, komm zu mir her. Hahaha. Ich mag Ping. Ich mag Pong. Ich sag, Zoe, du auch jetzt komm. Hahaha. Ich weiß was. Wir machen, wer von uns am längsten springen kann. Squeak. Ich zähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zoe gewinnt. Hurra. 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 Hihi. 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 Schorillerei. Hula hoop. Hula hoop. Hula hoop. Eins, zwei, drei. Oh. Wie viele Runden kannst du, ohne zu stoppen? Eine Million. Und drei. Boah. Das ist oft. Los. Wir zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das waren acht. Ich bin geradezu müde. Den Rest mache ich später. Kannst du hula hoop, Emily? Ich habe da so meine ganz eigene Art. Emily Elefant kann hula hoop mit ihrem Rüssel. Hurra. Ja. Das waren bestimmt schon 100. Hihi. Hihi. Schorsch will gerne Bock springen. Schorsch liebt Bock springen. Hihi. Also Bock springen für alle. Hihi. 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 Mama Wutz, wir haben heute einen besonderen Überraschungsgast. Ehrlich? Wen denn? Teddy Lausbub. Er hat einen Schlafanzug, ein Fotoalbum und eine Zahnbürste dabei. Wofür ist denn das Fotoalbum? Wir knipsen viele Fotos von ihm, wenn er etwas Schönes macht. Oh. Meine Freunde waren mit Teddy Lausbub schon in der ganzen weiten Welt. London, Paris, Ägypten. Mann, oh Mann. Teddy Lausbub hat wirklich schon viel erlebt. Ähm, ich hoffe, dass er auch mit uns viel erlebt. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Alle mal herhören. Das ist Teddy Lausbub. Hallo. Er ist heute unser Gast. Macht ihm alle mal ein bisschen Platz hier. Krach. Oh, und das ist Herr Dinosaurier. Aber wunder dich nicht, der redet nicht so viel. Krach. Hihi. Wir machen ein Foto für das Album von Teddy Lausbub. Spaghetti. Spaghetti. Papa, Teddy Lausbub soll aber morgen bei uns was ganz Spannendes erleben. Können wir vielleicht zum Nordpol fahren? Äh, wie wäre es mit dem Supermarkt? Ja. Ich glaube, Teddy Lausbub war noch nie in seinem Leben einkaufen. Am nächsten Morgen geht Peppa mit Teddy Lausbub in den Supermarkt. Hihi. Hihi. Siehst du? Hier kriegt man alles. Orangen, Äpfel, Bananen. Das ist wirklich sehr interessant. Hihi. An der Kasse muss man seine Einkäufe bezahlen. Hihi. Schorsch möchte ein Foto machen. Okay, Schorsch. Spaghetti. 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 Spaghetti.